Lange müssen Final Fantasy Fans nicht mehr warten. Dann erscheint endlich der 15. Hauptteil der renommierten Rollenspielreihe von Square Enix. Anlässlich der bevorstehenden Veröffentlichung startet am 2.11. eine Road-to-Release-Tour durch ganz Deutschland. In insgesamt sieben deutschen Städten werden Noctis und Co. einen Stop auf ihrer Tour einlegen und euch in die Welt von Final Fantasy XV einladen. In Berlin, Leipzig, Stuttgart, München, Frankfurt und Hamburg habt ihr die Gelegenheit, das JRPG ab der ersten Minute, also ab dem mysteriösen Kapitel 0, anzuspielen. Insgesamt erwarten euch 40 Anspielstationen und wenn ihr lange Wartezeiten umgehen wollt, dann könnt ihr euch schon jetzt einen kostenlosen Fastpass sichern. Alle Infos dazu und natürlich zur gesamten Tour findet ihr unter einem Link, den ich euch in die Videobeschreibung gepackt habe. Außerdem darf sich jeder Besucher auf ein kleines Goodiebag freuen. Die ersten 50 Besucher bekommen zudem ein offizielles und limitiertes Tourshirt. Square Enix war außerdem so nett und hat mir angeboten, am Samstag, den 5.11., also beim Münchner Road-to-Release-Tourstop, ein Community-Treffen zu veranstalten. Ich bin ab circa 16 Uhr also auch da und wir können zusammen Final Fantasy spielen, Fotos machen oder einfach ein bisschen quatschen und was trinken. Ich freue mich auf Final Fantasy 15, auf die Road-to-Release-Tour und natürlich auf euch. Sie waren wie immer ein hervorragendes Publikum. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank fürs Zusehen.